Spannend, spannend. Hallo und herzlich willkommen zu Part 25 von Dauntless. Ihr seht es vielleicht, ich habe mir jetzt hier mal neue Rüstungen gegönnt oder eine neue Rüstung gegönnt. Und zwar den Borealischen Marsch habe ich hier hergestellt. Der hat auch eine Technikzelle drauf und was ich unbedingt mal testen wollte oder mir mal anschauen wollte oder auch Richtung Zukunft glaube ich auch spielen werde, ist das Eis geboren. Ich finde das nicht so schlecht, wenn ich mir vorstelle, das hat man später auf Stufe 6. Er leidet 30% verringerten Schaden, wenn deine Gesundheit unter 50% fällt. Gewährt 8% Lebensraum, bis man wieder auf 50% ist. Also wenn ich das richtig verstehe, dürfte das eigentlich richtig geil sein. Und jetzt sieht man das auch, was ich im letzten Part so angedeutet habe mit den Technik- und Kraftzellen und so weiter. Jetzt habe ich relativ viele Technikzellen hier drin. Hier habe ich jetzt wieder Technikzelle drin, statt vorher glaube ich eine Kraftzelle. Und da kann ich jetzt Zell des Raubtiers reinmachen. Und da könnte ich noch prozentualer Schadens- oder die Schadenserhöhung da machen mit den... Bla, 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 bla. Ja, das war nicht so geil erklärt. Hier festen Wert an Wundschaden dazu. Festen Wert an Teilschaden dazu und so weiter. Da kann man noch verschiedenste Sachen noch reinsetzen. Und glaube ich zumindest mal mit dem Teilschaden, das war doch auch hier, oder? Klingensturms, genau. Füge einen festen Wert an Teilschaden, bla, bla, dazu. Genau. Und dann hätte ich zum Beispiel Klingensturm, wäre das hier. Dann könnte ich das noch auf plus 40% bringen. Geschärft würde, glaube ich, rausfallen, glaube ich zumindest mal. Geschärft ist eine Kraftzelle. Hm, ja, das ist eigentlich... Geschärft ist, glaube ich, sogar besser als Klingensturm, würde ich so behaupten. Hier hat man einen festen Wert. Ja, muss man halt mal gucken. Ich glaube, hat man es genau andersrum eigentlich überlegt. Aber Klingensturm sehe ich gerade. Ist doch auch eine Technikzelle. Ja, jetzt bin ich gerade durch den Wind irgendwie. Keine Ahnung, irgendwas mache ich da gerade falsch. Ja, achso, ich war ja auch auf der Kraftzelle drauf. Ja, logisch. Oh, Leute. Mein Gott. So, hier müsste eigentlich Klingensturm drin sein. Ja, hier ist es auch. Klingensturm. Einen festen Wert an Teilschaden zu... Ne, Quatsch, ich wollte ja auch Geschärft haben. Ne, Geschärft ist eine Kraftzelle. Jetzt bin ich durcheinander. So, Geschärft finde ich eigentlich besser. Geschärft ist eine Kraftzelle. Ja, muss man mal gucken, wie man das halt zusammensetzt. Weiß ich noch nicht genau. Vielleicht kann ich auch den Teilschaden auf einer anderen Waffe haben. Habe ich den sogar hier? Ne, hier habe ich auch Klingensturm drauf und so weiter. Da muss man halt genau gucken, wie man das zusammenstellt. Das war jetzt komplett verwirrend. Und eigentlich sollte ich den Part neu aufnehmen. Aber egal, ich lasse es jetzt mal drin. Ich habe es auf jeden Fall jetzt so gemacht. Und auf was ich eigentlich raus wollte, ich kann Eisgebohren ja nur bis auf Plus 3 bringen durch die Rüstung hier. Habe ich mal was Defensives gewählt, eben um mich da hochheilen zu können. Und also bräuchte ich hier bei dem Knärscher, Greifer, bräuchte ich halt irgendwas, wo ich einen Verteidigungs-Slot drauf habe. Hier hätte ich das Beweglichkeits-Slot drauf und hier den Zusatz nutzen. Ja, so müsste ich irgendwie die Rüstung dann noch etwas umbauen oder gucken. Vielleicht auch mit dem Helm oder so. So kann man dann später gucken und das sich dann halt zusammenbauen. Und dass man eben genau guckt, okay, wie viele Verteidigungs-Slots. Man sieht es ja auch hier schön dran. Das sind Technik-Teile mit diesem komischen Ziel-Sperr-Geschichten da, was das auch immer ist. Ein Speer, der ins Ziel fliegt. Ja, dann hier mit der Faust. Das sind halt Kraftzellen, Beweglichkeit. Das ist Verteidigung. Und so sieht man das halt. Gerissenheit muss ich definitiv auf Plus 6 bekommen, dass man da 15% Chance hat. Statt jetzt 4. Das ist halt echt richtig schlecht. Ja, und Zusatz nutzen. Da ist Leitung eigentlich, denke ich mal, ganz gut. Muss man mal gucken, was man da noch reinsetzt. Und so weiter und so fort. Ja, im heutigen Part wollte ich jetzt mit euch hingehen, mir noch ganz kurz nochmal die Laternen anschauen. Da gibt es jetzt auch neue. Ich glaube, Panga haben wir noch nicht hergestellt. Ist auch nicht so sonderlich. Ich könnte sie herstellen. Ja, da könnte sich sie irgendwann mal nutzen. Embermane wird noch oft gespielt. Die habe ich, glaube ich, noch nicht gezeigt. Greife 8 Sekunden lang schneller an, um 30% schneller an. Erschaffe einen Feuerball vor dir, der explodiert und irgendwie Schaden macht. Koschei finde ich gar nicht so schlecht. Für 8 Sekunden wirst du um 10% des verursachten Schadens geheilt. Da merkt man ja auch wieder, Koschei oder Koschei, wie auch immer man sagen will, Kuschei ist halt, wo war ich jetzt gerade, ist halt ein Erdmonster oder ein Terramonster. Und da geht es auch wieder um die Heilungsgeschichte. Und wenn man das jetzt reinnimmt, die Laternen sind nicht, ich sage zwar, die sind nie so wichtig, behaupte ich angeblich. Sie sind natürlich wichtig. Aber sie sind, mal ehrlich, für das Spiel, für die Ausrichtung, gerade in der Vierergruppe, sind jetzt nicht mega entscheidend, dass ich jetzt sage, wenn ich da eine falsche Laterne drin habe, dann wird aber alles scheitern. Und wenn ich die jetzt hier drin hätte, und später in die Zukunft gerichtet, noch den Terraschaden ausrüste mit der Pistole, und habe Eis geboren drin, wo ich, wenn ich unter 50% falle, noch eine Heilung drin habe, und sonst alles offensiv ausrichte. Sonst wirklich alles mit Teilschaden, prozentualer Teilschadenerhöhung, mit diesem Raubtier eventuell, oder mit Gerissenheit drin. Dann ist man eigentlich super offensiv ausgerichtet, hat aber eine richtig coole defensive Absicherung. Ich hoffe, das war jetzt ein bisschen verständlicher erklärt. Ja, und das wäre so eine Zielrichtung, die ich mir durchaus vorstellen könnte, wo man relativ easy vielleicht auch stärkere Monster ein bisschen spielen kann. Und da möchte ich jetzt im heutigen Part hingehen, und mit euch zusammen vielleicht noch ein paar Rüstungen herstellen, ganz kurz. Eigentlich könnte ich alles mal herstellen, was ich so habe, oder? Könnte man eigentlich machen, da kann ich Off-Kamera ein bisschen hochzocken, oder kann mir auch angucken, hier wäre zum Beispiel geschärft drauf, die Stulpen. Die könnte ich aber aus... Ne, verbessern. Achso, das sind die, wo ich, glaube ich, gerade nutze, genau. Oder? Ne, sind sie nicht. Warum eigentlich nicht? Warum nicht? Warum nicht? Weiß ich jetzt nicht. Muss ich mir gerade gucken. Jetzt bin ich gerade durch den Wind. Achso, weil da Beweglichkeit drauf war, oder? Ne, war es nicht. Ja, Zusatznutzen war da drauf. Jo, hm. Weiß ich jetzt nicht. Finde ich jetzt nicht so mega. Ja, aber wie gesagt, so kann man sich da jetzt alle möglichen Stulpen da herstellen, ähm, und, ähm, dann dementsprechend halt, ähm, da agieren. Ich gucke mal gerade was. Ich werde jetzt alles mal herstellen, was ich irgendwie sinnvoll finde, was offensiv, sag ich mal, ist. Ähm, nix gut, okay. Da wer raubt hier, aber das haben wir ja schon hochgesetzt. Leuchtend, Ätherjagd, Ätherjäger, Feuerfest, bla, geschärft, also die haben wir ja, ähm, Feuerfest. Ach du Gott. Ne, super. Ist ja klasse, was ich da mache. Geschmolzen, Konditionierung, Teilschaden bei jedem Treffer. Achso, das ist das Ding, das ich nutze. Sanitäter. Ich brauche dringend neue Ausrüstung. Oh Gott, ich kann ja gar nichts herstellen. Gegen verwundete Teile, Grausamkeit, finde ich aber irgendwie nicht so stark. Hier, Wundschaden bei einem Treffer. Ja, super, bringt mir halt gar nichts. Wobei ich nicht weiß, ob Wundschaden dazu gezählt, also wirklich als, einfach nur als Schadenserhöhung zählt, oder nur als, ähm, Status-Effekt. Wenn es wirklich ein Schaden ist, ist mir egal, wie der Schaden, also, ja, auf was der brechen wird, Adrenalin, ja, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Ja, das ist gerade nochmal super schlecht, was ich da mache. Mir fällt gerade auf, dass ich keine schönen Handschuhe da noch hätte, also muss ich es wahrscheinlich doch so irgendwie lassen. Muss ich mir doch mal angucken. Ähm, ja, wir werden jetzt trotzdem einfach mal ein paar Rüstungen bauen. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich baue einfach mal alles, was irgendwie geht und da kann ich die Off-Kamera noch ein bisschen zusammenstellen mir oder auch mal neue Rüstungen bauen und so weiter. Ja, die Aufwertung ist dann super easy. Seht ihr ja, da braucht man nur noch diese Terra-Steine oder was das dann jetzt in dem Fall ist. Boreos. Boreos macht, supergeil, gut. Achso, das ist das, wenn man nur 30% fällt, ja. Ich baue da einfach mal ein bisschen was. herstellen und herstellen. Da wird gebaut ohne Ende, weil dann kann ich mir jetzt auch wirklich mal Off-Kamera angucken, okay, wie könnte ich es denn noch zusammenstellen, die ganzen Sachen. Was bringt mir irgendwie was, wenn ich verschiedene Slots freischalte und so. Ihr seid jetzt einfach mal live dabei, wenn ich mir da so ein paar Ausrüstungsteile zusammenknüpple. Und dann werden wir am heutigen Part noch hingehen und ein bisschen, was ist jetzt verbessert? hergestellt, okay. Und werden ein bisschen ein paar Monster noch farmen, stärkere Monster farmen. Also farmen ist ein großes Wort dafür. Ihr seht es ja, da braucht man die Brandsteine, wie heißen sie wieder? Kugeln, ne? Brandkugeln, Schockkugeln und was weiß ich, Terra-Kugeln und so. Wenn das einmal hergestellt ist und dann kann man die direkt auf plus 5 bringen, ich würde halt ganz gern mal über die, oh, jetzt habe ich die verbessert. Egal. Oder? Habe ich verbessert? So, hier könnte man noch was herstellen. Ich werde einfach gucken, dass ich alles herstelle und verbessere von den Monstern. Da werde ich euch wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr mitnehmen. Ihr habt es jetzt einmal gesehen. Das mache ich jetzt einmal. Das mache ich vielleicht auch mit den Waffen, wie das jetzt alles so läuft. Das wisst ihr jetzt. Das kann ich auch auf Kamera mal machen. Alles bis zu den Monstern, wo wir bisher waren. Also werde ich das so mal ein bisschen beschleunigen. Ich glaube, dass da geht, dieser Part geht in die Geschichte ein, als wirklich schlechtes, was da, den ich jemals aufgenommen habe. Da ist wirklich grausam. Ich mache das deswegen auch, weil wir dadurch es schaffen, auch mal ein bisschen aufzuwerten. Das müsste jetzt eigentlich auch passieren. Bin ich jetzt echt mal gespannt. Ich glaube, ich war Stufe 24. Jetzt kann man da ein bisschen was herstellen. Bei den Waffen ganz genauso hoffe ich, dass das so noch funktioniert, dass ich noch ein bisschen was übrig habe, gleich, wenn da alles hergestellt ist. Das ist natürlich alles sehr intensiv. Sieht man ja unten, da geht ordentlich was an Zutaten weg. Oh, die habe ich jetzt auf Stufe 6 gebracht. Betäubungsschaden bei M-Treffer. Ja, bringt mir jetzt auch nicht so viel. Wobei ich auch da bei den Pistolen gucken könnte, ist das wirklich zusätzlicher Schaden oder ist es Statusschaden? Da bin ich mir immer noch unsicher. Manchmal denke ich so, manchmal so. Ich habe keinen Plan. Jo, haben wir ein bisschen was hergestellt. Ihr seht es, ich habe ein bisschen gefarmt. Ja, und wir werden jetzt nach diesem Part wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, wie lange dieser Part geht. Der wird schon ein bisschen gehen, denke ich mal. Ich werde es jetzt nicht gleich beenden. So, alles hergestellt. Jetzt könnte ich da alles Mögliche verbessern, wie ich da gerade Bock hätte. Das mache ich dann irgendwann mal. Oder wie gesagt, auch die Dinge herstellen, die ich noch nicht hergestellt habe. habe, das werdet ihr dann jetzt einfach auf Kamera dann, werde ich das machen. Oder halt, ja, wie ich gerade Lust habe. Ihr seht es ja jetzt. Also alles nur so weit, wie die Monster, die ihr schon gesehen habt. Und jetzt seht ihr hier, jetzt haben wir einige Meisterschaftsziele da abgeschlossen. Das können wir hier noch. Den Quillshot. Was ist das eigentlich? Hammer. Ne, was soll das ein Schwert sein? Sieht eigentlich geil aus für ein Schwert. Eine schöne Keule. Jo, stellen wir einfach mal ein paar Schwerter her. Ich werde jetzt einfach mal die Schwerter da herstellen. Völlig egal. Völlig Sinn. Oh, den habe ich auch zu sehen verbessert. Jo, jetzt ist er halt verbessert. Super schön. Einfach alles herstellen, was irgendwie geht. Das kann ich dann später. Warum sage ich das alles? So, jetzt bin ich komplett verwirrt. Weil ich später mit meinen Kumpels wieder ein bisschen zusammenspiele. Oder zumindest mit Sascha. Sascha, du bist gegrüßt. Wir haben heute Sonntag, 16.06. Wir werden gleich noch ein bisschen miteinander zocken. Und da wollte ich einfach vorher schon ein bisschen was da zusammenstellen. Beziehungsweise alles herstellen. Und dass ihr das mal seht, dass das gemacht ist. Und dann kann ich nachher die Sachen noch weiter verbessern. Auf Stufe 5, 6 bringen. Wenn überhaupt manche Sachen davon. Oder halt einfach mal testen. Und auch leveln. Weil wenn man die Dinger ja benutzt, werden sie ja auch stärker. Und so weiter. Beziehungsweise bekommt man dann Erfahrungspunkte dafür. Und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, ich habe es euch schon tausendmal erzählt. Werden wir einfach mal ein bisschen was herstellen hier. Hui. Alles verkloppen, was geht. Ich denke, das macht wie gesagt auch Sinn. Man könnte jetzt sagen, hä, warum stellt der einfach alles her, was er halt bauen kann. Macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Ist der doof oder was? Nur auf der anderen Seite muss ich halt sagen, es macht halt schon Sinn, die Sachen herzustellen wegen dem Aufleveln her. Das werdet ihr gleich sehen. Da werden wir wieder ein bisschen aufsteigen. Und wenn ich die Sache Off-Kamera dann oder halt gegen Knärscher etc. gegen schwache Monster dann nutze, kriege ich halt auch wieder Level gut geschrieben, weil ich mit diesen Waffen EP sammle oder Teile breche und so weiter. Das habe ich euch ja schon ein paar Mal erzählt beziehungsweise ihr habt es ja vielleicht schon. Ja, so mache ich das jetzt überall hier weiter. Das brauche ich euch nicht noch weiter zu zeigen. Oh, da ist eine neue Quest freigeschaltet worden, oder? Spezialkräfte. Rüste eine deiner Waffen mit einem neuen Spezialangriff aus. Mhm. Habe ich doch schon gemacht. Jetzt ist irgendwas passiert. Warum ist das jetzt freigeschaltet worden? Weil ich so viel weil ich so viel gebaut hatte, oder was? Mhm. Machen wir doch mal. Ähm, was ist eine Spezialkraft? Wie kann man das jetzt so sehen? Ist das eine Spezialkraft? Mache ich das einfach mal? Oder ist das ein Mod? Ist da wirklich nur ein Mod damit gemeint? Ich glaube ja, ne? War das jetzt ein Mod? Ne. Äh, ja, stellen wir es wieder um. Gott, ist das alles so durcheinander jetzt? Das muss ich schon zugeben. Ähm, holen wir mal eine andere Waffe. Bei welcher Waffe habe ich was? Ich glaube, bei den Schwertern habe ich gerade im letzten Part den klebrigen Griff aus, ähm, freigeschaltet. Kühne Überladung, Mod. Ja, machen wir das hier. Klebriger Griff. Spezialmodus. Werd im Spezialmodus Stolper frei. So, ist das das? Anscheinend nicht. Ne. Ist da einen neuen Spezialangriff aus? Ach so, und jetzt seht ihr es oben. Ich bin Stufe 26. Wenn ich mich nicht irre, war ich eben Stufe 24. Wenn ich dann komplett... Was ist dann jetzt los? Glühender Zyklon. Was ist das? Waffenteil freigeschaltet. Schwert? Keine Ahnung. Ach du Gott. Ja, jetzt seht ihr es da. Da wird einiges freigeschaltet. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Also war schon absolut sinnvoll, das zu machen. Und was ich eigentlich eben sagen wollte... Gott, oh Gott, ist das schlecht. Alter Schwerte. Ja, ist hier die Geschichte. Wenn man da die Waffen halt baut... Jetzt kann ich hier mit Boreos aufruhen, wo ich noch 0 von 300 Erfahrungen habe. Ich habe es noch nicht mehr hergestellt, sehe ich gerade. Die kann ich noch auf Stufe 6 verbessern und so weiter. Kann man da noch ein bisschen was machen. Ein bisschen was freischalten. Und macht halt schon Sinn. Macht absolut Sinn. Jetzt bin ich aber irritiert aufgrund der Geschichte hier. Was will der von mir? Kühne Überladung. Ah, hier, das meint er wahrscheinlich. Bei vollem Eta-Meter, also der glühende Zyklon, aktivieren. Um mit dem Drehen zu beginnen, was Feinde in der Nähe Schaden zufügt. Nochmal aktivieren, um in eine Richtung zu schlitzen. Jo, machen wir das. Ich denke, das war gemeint. So. Genau. Jetzt haben wir die Quest beendet. Spezialkräfte. Bla. Rüste aus. Und wir kriegen Rams. Und haben wieder eine Quest beendet. Wunderschön. Hm. Ne, es hat sich gerade so gelohnt. Da würde ich es doch gerade weitermachen. Bevor wir da noch was freischalten, werde ich einfach noch hier was bauen. Wo waren wir da? Hier herstellen. Die stehen Schriekespeer. Ihr seid jetzt einfach mal dabei. Wird ein bisschen langweiliger. Ein bisschen kurioser. Ein bisschen, ja. Unklarer im Handeln. Aber, jo. Das macht lau, ne? Ah. Den haben wir jetzt aus Versehen, versehentlich verbessert. Ja. Und jetzt gehen wir... Äh. Wo bin ich da? War ich gerade... War ich auf der Axt? Keine Ahnung. Jetzt bin ich hier. Verbessern. Herstellen. Ne, da haben wir schon alles hergestellt. Ich glaube, ich war gerade falsch. Bei der Axt müsste ich eigentlich sein. Genau. Die haben... Da haben wir noch nicht alle hergestellt. Das machen wir jetzt auch. Und wie gesagt, da kriege ich jetzt für alles, kriege ich jetzt Erfahrungspunkte, steige im Level auf, kriege mehr Ausdauer, mehr Gesundheit. Beim Teilepreschen kriege ich irgendwelche Bonis und so weiter. Also macht schon Sinn. Den habe ich aus Versehen auch verbessert. Egal. Passt schon. Jetzt haben wir echt etliches ausgegeben. Hier seht ihr das ja. Wir sind immer noch Stufe 26. Ich gehe ganz kurz rein. Maximale Ausdauer würde bald hochgehen. Und bei der BMOV-Meisterschaft, die finde ich auch mega interessant. Das ist hier oben. Und dann gehen wir hier auf BMOV. Das ist halt super geil, was es da gibt. Chance auf doppelte BMOV-Teile beim Brechen. Und hier. Plus 10% geht dann immer weiter hoch. Das finde ich halt echt richtig geil. Oder hier Feuerwiderstand. Also verschiedene Widerstände, die dann noch hochgehen. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also am Schluss ist es mal aufgefallen, weil da kommt Licht und Schatten oder sowas ganz unten. Ist das so? Ja genau. Lichtwiderstand. Schattenwiderstand. Aber anscheinend gibt es Schockwiderstände. Sehr, sehr geil. Allein das ist schon mega. Also die BMOVs da auf Stufe 50 zu bringen, das macht auch mega Sinn. Allein schon wegen den Widerständen. Dann hat man zum Beispiel noch die Geschichte mit Eis geboren da drin und so. Ist dann halt schon mega interessant. So, jetzt haben wir da ein bisschen was hergestellt. Ein bisschen was umgestellt. Wir haben eine neue Schwertattacke jetzt da ausgerüstet. Ich lasse das jetzt einfach mal so drin. Grausamer Ursprung. Einige neue Spezialfähigkeiten da freigeschaltet. Warum? Auch immer. Ja. Wahrscheinlich, weil ich bei den einzelnen Meisterschaften in den Waffen ja eine gewisse Schwelle überschritten habe. Denke ich mal 7 oder sowas. Könnte sein. Weiß ich jetzt nicht genau. Müsste doch auch irgendwie zu sehen sein. Ich gehe jetzt gerade auf die Kettenklingen. Ja genau, hier grausamer Luftschlag. Hier haben wir nichts bekommen. Repetierpistolen war ich schon hoch. Genau, den grausamen Sprung, den haben wir eben gesehen. Den habe ich jetzt bekommen. Ja, und den glühenden Zyklon. Jetzt seht ihr das. Wir sind in den einzelnen Meisterschaften einfach jetzt aufgestiegen, weil ich alles Mögliche hier gebaut habe. Huiuiui, das war wieder eine schwere Geburt. Würde ich sagen, machen wir noch mindestens einen Monster. Gucken wir mal, welches wir noch nicht gemacht haben. Den Moonriver Shrike habe ich glaube ich schon gemacht. Oder der war auch nicht wirklich schwer. Auf den Animal Mana habe ich jetzt mal gerade gar keinen Bock. Frostback Panga. Gefahrenstufe 11. Den geben wir uns jetzt mal. So. Da bin ich mal gespannt. Das könnte jetzt spannend werden. Deswegen bin ich auch gespannt. Und da sieht das hier schon ganz anders aus. Mal ein paar neue Waffen dabei. Wunderschön. Den Panga. Gucken wir uns den mal an. Ja, jetzt sind wir Stufe 26. Ist jetzt ordentlich nach oben gegangen. Hat echt Laune gemacht. Auch wenn es für euch total verwirrend war. Und ich sehe auf der Aufnahme. Wir sind jetzt bei 19 Minuten knapp. Ich hoffe die Aufnahme ist auch relativ fehlerfrei. Ja, ich muss noch im System ein bisschen was bearbeiten. Das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Ich weiß nicht, was da mein PC hat. Ja, muss schon ein bisschen was machen. Das wollte ich aber eigentlich nicht erzählen. Und, ähm. Was wollte ich eigentlich erzählen? Ja, auf jeden Fall war es mega verwirrend. Jetzt haben wir 19 Minuten hier einfach nur Quatsch gemacht. Irgendwelche Dinge gebaut und so. Und das werde ich, wie gesagt, jetzt auf Kamera so weiterführen. Da werde ich euch jetzt nicht mehr mitnehmen. Das setze ich jetzt als, äh, als Voraussetzung, dass ich egal. Auch die Dinge, die ich jetzt noch nicht gebaut habe, die werde ich dann bauen und so. Und dann jetzt einfach nur noch zusammen, äh, euch präsentieren mit irgendwelchen Builds oder Ideen, die ich da habe. Oder wenn ich mal irgendwas farmen möchte oder sowas. Suche nach Server. Und das schon seit 1 Minute 14. Traumhaft. Muss ich jetzt wirklich nur irgendwas rausschneiden. Manchmal habe ich das Problem, wenn ich da so ein, ähm, eine Quest starte, das dann ewig dauert, bis ich da so einen Server bekomme. Da ist das aber meistens ein Fehler oder so. Ich weiß es jetzt nicht. Ich würde fast sagen, das schneide ich raus und suche das jetzt wieder neu. Ja, dann machen wir es so und sehen wir uns gleich. Ja, und da sind wir auch schon. Ich musste jetzt das Spiel komplett neu starten und dann lief das Ganze auch. Mein Aufnahmegerät macht mir ein bisschen Sorgen, weil das ein bisschen rumruckelt. Finde ich nicht so geil. Ich hoffe, dass es mit der Aufnahme alles so passt. Jo, wenn nicht, bei diesem Part ist es glaube ich nicht schlimm, wenn ich da einiges rausschneiden muss. Muss man wirklich so sagen. Ja, und jetzt versuchen wir es mal hier gegen Frostbackpunker. Ich habe mir jetzt in der Pause jetzt, wo ich das Spiel neu gestartet habe, habe ich mal wieder angesehen. Also, jo, es ist jetzt eigentlich nochmal ein Punkt, wo wir relativ viel wiederholen müssen, beziehungsweise ein paar gehobenere Monster legen müssen, die ich aber schon gemacht habe, Off-Camera oder mit euch. Meistens mit euch, glaube ich. Jo, und den Riftstalker zum Beispiel muss ich glaube ich nur ein, zweimal legen, um da irgendwas zu bekommen. Hier mit dem Pangar ist zum Beispiel genau das Gleiche oder auch mit dem Boreos und so. Jo, das werden wir alles so nach und nach machen, beziehungsweise ich werde da auch Off-Camera ein bisschen was machen und das jetzt voranbringen. Ich will jetzt nicht jedes Monster 17.000 Mal zeigen. Ja, aber ich glaube, das habe ich auch schon gesagt. So, gegen das da vier haben wir, haben wir Schnitt, gegen das auch schon mal gespielt. Frostback. Warum ist jetzt die Kamera so schnell irgendwie? Fühlt es sich gerade so schnell? Oder ich bin alt und verwirrt. Achso, und meine Rüstung passt überhaupt nicht mehr. Jo, was man gerade auch so ein bisschen merkt. Ich habe nämlich einen 340er Rüstungswert und hier wird vorgeschlagen, ich soll 370 haben oder 375 oder so. Deshalb muss ich jetzt gucken, dass ich wirklich mal ein bisschen defensiver spiele. Ah, und hier oben sieht man auch den Defensiv-Buff, den ich jetzt durch Eis geboren habe. Also einmal den Schild. Das ist die Geschichte, das zweite Ding, das sich da auflädt, wo die 2 steht jetzt im Moment. Das gerade so runter tickt. Wenn ich da jetzt gleich 3 bekomme, kriege ich ein bisschen mehr Schild. Oder ich werde niedergestreckt, weil ich nicht aufpasse. Und das erste Ding ist halt eben die Eisgeborengeschichte da oben. Der erste Buff, der da aktiv ist, Defensiv-Buff. Ja, dass ich jetzt 30% weniger Schaden bekomme, weil ich unter 50% Leben bin. So, so viel, so weit, so gut. Ja, und jetzt muss ich mich, glaube ich, echt mal ein bisschen anstrengen, weil das da ist echt scheiße jetzt. Ich habe kaum, kaum gute Ausrüstung dabei. Oder keine ausreichende Ausrüstung, sage ich jetzt mal. Und labere mir hier noch den Arsch ab. Und lasse mich dann wegboxen. Also, das Schwänzchen muss weg, ganz eindeutig. Frostback-Panga, habe ich mal gegen den gespielt? Das kommt echt so vor. Oder sieht der genauso aus wie der normale Panga und kann eigentlich gar nichts? Also, er haut jetzt gut Schaden raus. Ja, aber kann der irgendwelche Spezialmanöver? Ach Gott, ist das so schlecht. Ja, er kann mich verwunden. Mein Gott, ist das scheiße. Bleiben wir trotzdem mal dran. Noch nicht aufgeben. Jetzt ist er aggro. Oder er brennt. Ne, er brennt. Und ist aggro oder so, glaube ich. Irgend so was ist mit ihm. Auf jeden Fall haben wir jetzt Brandschaden ausgelöst. Da wird wirklich wieder ein Part zum Vergessen. Aber ich hoffe, dass wir jetzt wirklich bald... Was ist jetzt passiert? Ach, war ich verwundet? Ach, ich habe nicht aufgepasst. Ich glaube, ich war verwundet. Sorry, ich stehe auf. Kann man ja mal machen, wenn man wenig Rüstung hat und im Team echt noch schlecht ist, dass man dann mal aufsteht. Das hier wird bestimmt ein Fail. Wahnsinn. Grausam. Wirklich grausam. Wirklich, wirklich grausam, ihr lieben Leute. Wahnsinn. Ja, da sieht man mal, ordentliche Schadenszahlen hochgehen. Ich glaube, wenigstens einen guten Mitspieler haben wir hier. Vielleicht regelt er die Sache, ja? Ah, jetzt war ich gerade... Au, ich bin verwundet. Jo, ich darf nicht da rumrollen. Da gibt es nämlich wieder Schaden. Jo, es wird echt Zeit, dass diese Geschichte ins Spiel kommt, dass man die Ausrüstung abspeichern darf. Das wäre schon ganz geil, weil da könnte man jetzt bei so einem Monster, die verbunden, eben halt dann auch Blutverlusten so reinnehmen. Oder wie das heißt, Blutungsschutz oder so. Das wäre schon ganz sinnvoll, da sich mal den einzelnen Monstern ein bisschen zumindest mal anzupassen. Oder halt, ja, wenigstens mal die paar Offensiv-Sets, die man dann hat, mal abspeichern zu können. Das war fast gut ausgewichen, würde ich doch fast behaupten. So, dann knallen wir mal ein bisschen Schaden rein. Und ich glaube, die Augenbraue, die da gerade getroppt ist, die sollte ich auch finden. Ich glaube, das war die Quest gewesen. Jo, das ist doch gut, das läuft doch. Ich bleibe jetzt mit dem Schaden mal dran, weil ich gerade so ein bisschen Schild mal aufgebaut habe. Ich weiß nicht, ob der andere jetzt da aufgestanden ist, der da lag. Bist du aufgestanden? Jo. Gott, ich bin hier komplett verwirrt. Jo, es laufen drei Leute vor mir rum. Also von der Warte her dürfte das schon passen. Und da droppt was Schönes, Blaues, das holen wir uns da direkt mit. Und nochmal, elementare Brutplatte und eiskalte Frostbackschuppe und was weiß ich. Alles Mögliche ist da getroppt, da seht ihr es. Er war nochmal im Wurzustand, wir haben dann zugeschlagen. Er brennt jetzt auch noch. Und er ist schon down, sehr geil. Und wir haben irgendwas freigeschaltet, kalt gestellt. Jo, alles klar. Jo, und ich war in B-Rang, klasse. Traumhaft. War richtig schlecht. Gucken wir uns mal die Quests an, wo wir da jetzt stehen. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich noch so einen Part, wo wir so ein bisschen farmen. Und dann kommt der Sprung. Ich weiß nicht, ob ich heute noch einen Part aufnehme. Ist schon alles ziemlich verwirrend. Aber es soll vielleicht noch ein, zwei Monster machen. Ich glaube, das könnte schon sich noch lohnen. Weiß ich noch nicht genau. Gucken wir nochmal ganz kurz rein in den Questlog. Was haben wir denn hier? Sammler gefroren. Ja, da habe ich noch gar nichts. Da auch nicht. Hier haben wir nur die Mondfeder. Nö, wir haben irgendwie gar nichts erreicht. Klasse. Bloodfire Emberman und der Kuschei. Vitale Dornen von einem Kuschei. Dass wir vielleicht den Kuschei im nächsten Part noch einmal sehen oder so. Ach, den haben wir ja auch schon gesehen. Das ist ja langweilig. Der Rockfallskan nervt. Und Feierbrandschuppe vom Feierbrand Karok. Haben wir den schon gemacht? Weiß ich gar nicht. Dead Frost Boreos ist auch nervig. Ja, jetzt wird es nervig. Helion und Panga. Ja, obwohl ich da jetzt so coole Sachen getroppt bekommen habe. Sind wir da keinen Schritt vorangekommen? Ne, traumhaft. Da freut man sich doch ohne Ende. Ich würde sagen, wir beenden den Part trotzdem an der Stelle. Ich muss mir die Aufnahmen mal ansehen. Ich glaube, die war richtig scheiße. Es würde mich freuen, wenn er trotzdem am Start bleibt. Und ja, jetzt kommen wir so langsam, denke ich mal, voran. Langsam Richtung Endgame. Ich muss jetzt gucken, dass ich die Sachen da mal abfarme. Dass das alles läuft. Dass mein Aufnahmegeräutel läuft. Weil ich glaube, das läuft nicht. Das macht mich ganz komische Mucken. Ja, wünsche euch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Trotz dessen, dass es heute ein bisschen wirr war. Aber trotzdem, wir sind ja ein bisschen aufgestiegen. Ich konnte ein bisschen was zeigen, denke ich mal. Die Laternen, die verschiedenen Waffen und so. Ich konnte das auch mal beweisen mit dem Aufsteigen. Jetzt einfach mal zwei Level gut gemacht. Und noch den Pangar hier kalt gestellt. Würde mich freuen, wenn ihr weiter am Ball bleibt. Vielen Dank für die Unterstützung. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.